Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forexer Morgen, Ihrem persönlichen Marktausblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Donnerstag, den 14.11.2013, 8.57 Uhr. Gestern, gegen Abend deutscher Zeit, konnten die US-Indizes kräftig anziehen, demnach eröffnet heute DAX ein wenig stärker. Der US-Dollar wurde auch ein wenig stärker, das führte zu einem leicht korrektiven Euro-US-Dollar, Australisch-Dollar-US-Dollar und Neuseeländisch-Dollar-US-Dollar. Trotz eines etwas stärkeren US-Dollars konnten sich die Edelmetalle etwas stabilisieren, gerade noch so, sonst hätten sie nämlich fast schon Short-Signale erzeugt. Heute erwarten uns durchaus einige wichtige Nachrichten, die hier den Markt bewegen können. Das ist unter anderem um 10 Uhr das BIP für das dritte Quartal aus Italien. Da ist man mal gespannt, wie hier das krisenangeschlagene Land sich stabilisieren kann. Ziehen eventuell die Reformen, ziehen sie nicht, also haben sie eine gewisse Wirkung. Und das wird natürlich auch für den Euro eine gewisse Bedeutung haben. Um 11 Uhr kommt dann das gesamte BIP für die Europäische Wirtschaftsunion, erste Veröffentlichung. Also um 11 Uhr hier im Euro, im DAX und im Eurostox durchaus mit Bewegung zu rechnen. Um 14.30 Uhr dann die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Die sollten hier durchaus einiges an Volatilität mit sich bringen. Beginnen wir mit dem Goldchart, beziehungsweise mit Gold an sich. Wir hatten ja gesagt, unter 1250 US-Dollar wird es kritisch. Da ist er Short. Sofern er noch darüber bleiben kann, besteht die Chance auf eine Stabilisierung. Die setzte dann tatsächlich ein mit 24 Dollar und somit ist Gold immer noch ein bisschen impulslos. Einerseits unterstützt, sofern er über 1250 US-Dollar bleibt. Auf der anderen Seite natürlich Volatilitätsarm und wenn, dann eher in bärischer Richtung mit ausgeprägter Volatilität. Sieht man hier sehr, sehr schön. Also Short-Impulse unter 1250, Stabilisierung heute möglich. Nennenswert bullische Impulse erst zu erwarten mit dem Bruch dieser abwärts verlaufenden Trendlinie. Im Silber sieht es ähnlich aus. Wir testen jetzt auch hier nochmal die starke Unterstützung bei 2040, 2050. Auch da sehen wir jetzt leichte Umkehrsignale. Stabilisierung ist möglich, aber Silber ist hier tendenziell erstmal seitwärts zwischen 2030 und 23 US-Dollar. Ein Bruch nach oben oder nach unten bringt hier die nächsten Signale mit sich. WTI, da haben wir noch unsere zwei Setups offen. Da hat sich wenig verändert. Einmal bei der 92er Marke, 92 US-Dollar, bei möglichen Umkehrsignalen. Hier unten eine Long-Position. Wenn der Markt wirklich zeigt, dass da Kaufbereitschaft vorhanden ist. Vielleicht mit einem Bullish in Gullfing, vielleicht mit einem Morningstar, Dragonfly, Joe G. Irgendwas, wo wir erkennen können, der Markt wird abverkauft, wieder hochgekauft und da ist eine starke Unterstützung im Bereich von 92. Oder eine mögliche Bodenbildung könnte hier auch passieren heute im Verlaufe des Tages. Wenn wir allerdings, müssen wir da mindestens auf dem H4-Chart drüber schließen, über der 96er Marke schließen. Dann ist Platz nach oben, dann ist erstmal Platz bis in den Bereich der Tages-EMA 200 und bis zu diesem letzten lokalen Hoch, bis in den Bereich von ungefähr 98, 50, 99 US-Dollar. Die Short-Position im Euro-US-Dollar wurde getriggert und ist knapp 40 Pips im Gewinn. Wir hatten ja gesagt, es gibt hier drei markante Zonen. Einmal der Short-Bruch der 1,32 15er Marke hier. Diese aufwärts verlaufende Trendlinie der zahlreichen EMAs, da sind wir gar nicht hingekommen. Dann hatten wir noch eine Short-Position angedacht im Bereich von 1,35. Da liegt die gebrochene Trendlinie, die Tages-EMA 50 und die Tages-EMA 20, also ein stärkerer Widerstandsbereich. Hier könnte er also nennenswert abprallen. Bullish wird es erst hier heute über 1,35 52. Da spätestens hat er dann die Möglichkeit, wenn er dieses Niveau bricht, sogar bis in den Bereich nochmal von 1,38 41 ranzulaufen. Im Australisch-US-Dollar hatten wir ja hier eine Short-Position, die wir bis fast zum Gap-Close gehalten haben. Es war richtig zu schließen, denn es kam dann letztendlich zu einer Erholung von fast 100 Pips. Das hat sich gelohnt. Wir sind immer noch in einem abwärts geneigten Trend. Das sieht man in der Abfolge der Tiefs und Hochs. Wir haben hier eine Abfolge von fallenden Tiefs und fallenden Hochs. Ein Short-Impuls wird interessant. Wenn wir konkret unter die Marke von 0,92 17 laufen, dann könnte es hier bis in den Bereich von 0,89 gehen. Das sind wir noch zugegeben, ein bisschen weit davon entfernt, aber durchaus machbar. Ich meine, das sind jetzt noch 100 Pips, also das kann der Australisch-US-Dollar durchaus noch vollziehen. Neuseeländisch-US-Dollar hatten wir hier eine SKS-Formation anvisiert und hatten gesagt, okay, es wird interessant, wenn wir konkret unter 0,81 40 fallen. Die ist noch nicht vom Tisch. Gerade dieser heftige Shooting-Star hier zeigt, dass da durchaus Verkaufsdruck vorhanden ist. Es bleibt, oder wir bleiben bei der Aussage, die SKS hat weiterhin Gültigkeit. Allerdings könnte man auch mit einem Long-Szenario rechnen. Dabei ist es gar nicht so wichtig, welches Szenario eintritt, wenn wir hier diese abwärts verlaufende Trendlinie brechen. Idealerweise, wenn wir noch dann das Hoch dieses Shooting-Stars aushebeln können, dann wäre hier auch ein Long-Setup denkbar. Also abwartende Haltung und gucken, wo der Neuseeländisch-US-Dollar bricht und demnach kann man sich dann positionieren. US-Dollar, Schweizer Franken, möglicherweise mit einer bullischen Aufladung, mit einer bullischen Flagge. Hier müssen wir allerdings noch warten, bis überhaupt da ein Signal getriggert worden ist. Aktuell konsolidiert er so ein bisschen schmutzig vor sich hin. Ist halt die Frage, grundsätzlich würde ich hier den bullischen Flaggenausbruch eventuell traden. Allerdings nur dann, wenn er auch hier dieses letzte Hoch mitnimmt, dann könnte es durchaus hier interessant werden. Gleiches gilt für den US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Wir haben ja hier zwei Einstiege, einmal im Bereich der 1,0330 und einmal über der 1,0512 ungefähr. Er ist hier weiterhin in einem bullischen Szenario, sieht man sehr, sehr schön auf dem übergeordneten Tageschart und ein Ausbruch über diese konsolidierende Trendformation würde uns hier bis in den Bereich der 1,0670 führen. Schweizer Franken, Japanisch Yen, der könnte interessant werden, denn die Seitwärtsrange, wir hatten ja gesagt, ist hier momentan konsolidierend und wenn wir konkret diese Seitwärtsrange brechen können, müsste hier ein bullischer Impuls erfolgen. Gleiches gilt für den britischen und japanischen Yen. Der ist kurz davor ein Long-Signal zu erzeugen. Wir hatten ja hier gesagt, sobald es über dieses letzte Hoch geht, das konkret hier bei der 1,60er Marke liegt, sollte es eigentlich weiter gehen. Also das Long-Signal ist fast schon in Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob tatsächlich hier auch der Durchbruch erfolgt. Aber es sieht gut aus, wir hatten ja darauf hingewiesen, dass gerade hier diese steigenden Tiefs ein Indikator dafür sind, dass der Markt nach oben drückt. Also, britisch und japanisch Yen heute auf der Long-Seite sehr interessant. Der Long-Trade im Kanadisch-Dollar-japanisch Yen, den wir vor einiger Zeit angesprochen haben, der ist aktiv. Gut, steigt nicht ganz so stark an, ist aber immerhin nochmal 50 Pips im Gewinn. Mal schauen, wie sich das Setup hier entwickeln wird. Und damit zu den Aktienindizes, wenn wir uns das mal anschauen hier im Bereich des SMPs, der ist ausgebrochen. Und diese H4-Seitwärts-Range ist jetzt getriggert, damit ist er Long. Wir hatten darauf hingewiesen, 10 Punkte oder 9 Punkte ist er fast schon angestiegen. Damit gilt jetzt die Unterstützung im Bereich von 1.780 Punkten. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen tiefer ansetzt, dann ist er noch unterstützt bei 1.772 Punkten. Aber Fakt ist, solange er diese Unterstützung nicht aushebelt, ist er jetzt einfach Long. Der Dow Jones hat auch hier seinen Trendkanal nach oben verlassen. Das ist auch grundsätzlich ein bullisches Zeichen. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass er jetzt weiter ansteigen kann. Es war eigentlich eine schöne Korrektur. Er ist einmal 250 und einmal 120 Punkte eingebrochen. Alles in dem Fall halb so wild. Aber man sieht hier deutlich, auch hier dieses letzte Hoch wurde nach oben ausgehebelt. Und solange dieses Hoch nicht unterschritten wird, von oben nach unten also gebrochen wird, sieht er durchaus sehr stark unterstützt aus. Das muss man schon so sagen. Der Nasdaq aktuell ist hier kurz davor ein neues Hoch zu machen, ist allerdings hier oben noch an dieser Trendkanallinie. Also sehr starke bullische Impulse, überhitzte Situation, aber gegen so einen starken Trend sollte man nicht antraden. Und wenn man jetzt noch den DAX sieht, der hat hier möglicherweise eine schöne konsolidierende Situation jetzt auch noch bullisch aufgelöst. Wir scheitern jetzt hier am 78,6er Retracement. Allerdings muss man auch hier sagen, der S&P gibt den Ton an und solange die Seitwärtsrange hält, ist er einfach bullisch zu sehen. Eine mögliche Trendwende. Da werden wir oft gefragt, wann kommt denn da eine größere Korrektur? Wenn man sich das aktuell anschaut, dann ist davon momentan nicht mehr auszugehen. Der Dow Jones hatte die Möglichkeit, ist nicht korrigiert. Und jetzt ist es so, dass hier der S&P 500 gerade diese Konsolidierungsformation bullisch ausgehebelt hat. Das sieht man hier sehr, sehr schön. Das heißt, die Zeichen stehen auf grün heute und uns erwarten dann wahrscheinlich auch steigende Kurse. Zumindest solange wir hier diese zwei Ausbruchsmarken halten können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen heute viel Erfolg und sage wie immer Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.